Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Sky Factory. In der letzten Folge haben wir festgestellt, dass wir die Monster Farm jetzt die Leitung umgebaut haben. Dass die Monster so schön weiterkommen, auch von anderen Seiten her, also sie ja raustransfriert werden. Aber was wir nicht bedacht haben, dass wir ja gar kein einziges 3, also gar nicht 3 hoch gebaut haben. Das heißt wir werden keine Elements so reinkriegen und das geht ja gar nicht. Elements müssen ja sein, dementsprechend müssen wir sie umbauen. So, ja, komm ich erstmal so. Am besten gehe ich jetzt hier rein. Am besten in die Folder rein, direkt so. Okay. Ähm. So. Jetzt will ich aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. So, okay. So, jetzt geht der Venner hier rüber und pusselt hier raus. Die Spinnen werden hier hängen bleiben. Hm. So. Okay, damit ich die Spinnen weghauen kann. Ja gut, da können wir jetzt, können wir dann noch weiter mit dem Venner. Okay. Gut. So war es ja gut. Dann müsste das jetzt eigentlich funktionieren wieder. Okay. Ähm. Okay. Ähm. Ich bin noch ein bisschen gespannt, jetzt wie ob ich es genau gehe. Ich glaube, so treffen mich die Gegend genau. Wahrscheinlich muss ich dann die Slap-Reiche hinbauen noch. Die Zwischendien wegbauen. Da kommt ja wahrscheinlich dran. Wir müssen mal testen. Wir müssen mal echt testen. Also ich muss zuerst mal hier noch einen Schalter reinbauen. Ähm. Umgekehrt. So. Sick. Oh was. Ich habe keinen Platz. Echt. Echt. Ich verarschen. So. Wahrscheinlich ist der oben eigentlich an. Kann sich sehen wo die aus. Ach der läuft ok. Ok. Dann muss Bart sehen hier. So der müsste jetzt auch blasen. Der bläst auch. So. Muss ich noch einen haben. So. Bei dem habe ich jetzt Respekt. Ich habe das Gefühl. Dass der hier dann weit bläst. Und mich dann runterbläst. Wenn ich hier umherlaufen möchte. Dann brauche ich hier nochmal eine Wand. Dann brauche ich hier nochmal eine Wand. Dann kann man wieder beim drücken. Du hast das nicht hin. Ich schätze. Oh nein. Und meine Freunde. Und jetzt noch eine Wand. Und auch das Entfernung. Ich habe hier noch eine Wand. Wie geht das mit dem knallysen? Ok, Schalter, Leer, Zack, habe ich keine Auswertung mehr nicht. So, ich bin gespannt jetzt, ob die Monster rein kommen oder nicht. Jetzt noch ein bisschen Torte, für das ist sie da. Die nächste hinstellen. So, ok. Gut, ich gebe ein bisschen Abstand. Was ist da? Ok, das wird, das erfasst nicht mehr. Ah, genau, die treffen mich von ihr. Ok, das funktioniert jetzt noch nicht. So, umbauen. Was? Ach so, der Pfeil fiel runter, ok, alles klar. Ich dachte schon, der Pfeil fiel runter, da war ein Skelett oder so. Ok, also. Dann tun wir auch den weniger hier rein, einfach so. Oder ein bisschen eben besser. Hier der Van rein. Ich habe keinen Platz. So, wenn ich den Van abbaue, fliege mir zwei Sachen gegen. Ok, dann müssen wir das hier wegbauen. 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 Das ist die Frage, jetzt. Ok, dann müssen wir das wegbauen. Der Blässe hier ist rein. Ja gut, das ganze ist viel zu weit zu vorn jetzt, viel zu weit oben beziehungsweise. Ich will so gerne mit dem Mineweiner arbeiten, aber dann habe ich hier die Plattform weg, die haben wir uns davon weg, weil alles ja aus dem Mineweiner besteht. Das wird natürlich ein bisschen uncool wieder. Wir sehen wenigstens hier genau wo die Plattform ist und wo nicht. Wieder immer ganz kurz, ah ok, ich sage immer kurz eine Himmelanzeige, wo gar kein Himmel ist, aber da ist doch ein Himmel. Ok so, da kommt hier ein Hebel hin. Ok, man schieße wirklich regelrecht nach vorne. So. Ok. Wir haben so viel Glas noch, sehe ich gerade. Aber artig. Ok, aber anscheinend hier geht das ganze nicht mehr, sobald man mal eine Mauer davor gebaut hat. Ich weiß, es gab früher mal bei Sky Factory auch Vans, weil wir so kleine, so wie Handfiltertor sahen die aus. Die waren echt übel, da sind auch, ja die haben auch durch die Wände geblasen, das war immer extrem krass, als wenn man dann das ganze auf einem Freefall Tower gebaut hat, für die Monster. Und dann oben, die sie eingeschaltet hatten, da rumgeklattert ist und dann plötzlich runtergefallen ist, weil das alles sich, ja, bewegt hat halt. So. Ok, wieder mit verbaut. Ich habe mich verbaut. So, hier unten muss ich zumachen. Ok, dann hier auch zumachen. So. Nach 10 Blöcke. Wir bauen hier das ganze ab jetzt und stellen es weiter vorne hin. Wichtig ist alles, dass die Spawns zu sind. So. Jetzt mal schauen, was ist hier oben. Ich glaube, jetzt geht's. Sollte es halt aushaben. So, noch zu. Ok. Ähm. Ich habe noch einen Block zu wenig, ich glaube es ja nicht. Da kann ich da zwischen den Sachen raus, so. So. Ich bin gespannt jetzt. Ob wir es jetzt schaffen, die Monster durchzublasen. Oder nicht. Seht ihr, wenn das Licht angeht. So. Dieser Feld müssen die Monster spawnen. Oh, ja, ja. Und ich glaube, der Van kann nicht mehr weiter blasen. So. Weil sie maximal länger ist. Das heißt, wir müssen jetzt eine Erweiterung bauen. Ähm. Und zwar eine Van Erweiterung nach vorne. Äh, was? Höhe. Distanz. Okay. Block of Steel. Ach, das geht mit Steel jetzt. Okay. Ich glaube, Stahl haben wir ihn doch noch, oder? Äh. Irgendwann haben wir genug Kohle. Haben wir noch Eisen? Jetzt liegt sie wieder am Eisen. Ah. Woher ein ganzer Stack? Okay, ich werde mal die Erweiterung auffahren. Okay, ich werde mal die Erweiterung auffahren. Ich muss eigentlich schon immer noch etwas machen. Glas, zack. Und zack. Mehr Spiegel. Holz. Wollen wir noch mehr Spiegel mehr? Ja, kein Spiegel mehr. Ähm. Ja, es waren Pisten. 8, 16, 24, 16. Zweimal Pisten. Ja, es war Eisen. Genau. Äh, Pisten. Äh, Pisten. Äh, Pisten. So, dann gehen wir hoch, ok, ich sehe schon, wir brauchen jetzt den neuen Modifier, Solar, Block auf 1, ich glaube sie nicht, wir können zwei Dinger bauen, ja, wir haben zu wenig Eisen, das heißt, wir wollen mal, vielleicht haben wir doch noch Eisen, ok, gut, schauen wir kurz, ob wir diesen Van jetzt als Werbe bauen können, also Distanz, so, ist die Spine auch nicht interessiert, aha, aha oh, wir haben einen Loop ausgekippt, da müssen wir gleich mal reinschauen, 6-Dimage Attack, da ist doch mehr, gut, das ist unzuschwert jetzt, Hauptbarkeit um einiges besser zwar, ich glaube es ist immer noch so an der Grenze, wahrscheinlich würde wir mehr hinkriegen, wenn wir fünf, ähm, neun, vier Baden, vier, sechs Baden, so, das war's, das war's, das war's, das war's... das hat dafür Surv費 Path Card щbil开始, So, 34, haben wir es noch mal durch, suche ich den Crusher, der ist noch genug. Okay, da war ein Baum noch mal modifizieren. So, und wie sieht es jetzt aus mit dem Solarpanel? So, für das Panel, muss ich besser hier reingehen, in die Arbeitsfläche, so. Für das Panel brauchen wir, okay, wir brauchen viel Eisen, 8 Eisen. Also ein Block auf einen können wir machen, das müssen wir nicht. Das müssen wir machen, jetzt zum Wackern. So, das, das, das. Ein paar eingebrannten Stein noch. So, okay, das haben wir. Eingebrannte Stein, die Volksschule zu ändern. Echt nicht normal. Wie? Die habe ich? Wo denn? Okay, ich frage mal besser nicht, ich gehe jetzt auch mal. Da habe ich keinen Platz mehr. So, Glas und Lapis brauche ich ja noch. Hier halt kurz Glas und Lapis. Glas und Lapis. Ja, wir haben hier nichts geholfen, Glas. Wir haben hier alles geholfen. Moment mal, wir haben hier Glas. Okay, machen wir das. Nehmen Sie doch mal raus. Okay, so. Bitte, man sieht doch gar nichts davon, dass das fehlt. Die müsste verdammt ätzend eigentlich. Die müsste verdammt ätzend eigentlich. Fehlt dann Eisen. Ja, das fehlt immer. Ähm. Haben wir schon wieder Eis nicht bekommen. Ähm. Haben wir schon wieder Eis nicht bekommen. Jetzt habe ich was aufgenommen. Da habe ich keinen Platz mehr. So flinkt. Okay, wir sind eh kurz schlafen. Aber es ist eh schon wieder die Folge zu ändern eigentlich. Das geht ja viel zu schnell in den Folgen. Aber ich muss jetzt auch off gehen. Also ich muss jetzt wirklich die Auflautung der Session beenden. Dann will ich die nächste Folge wahrscheinlich auch ein bisschen verpeilet sein. Weil ich nicht weiß, wo ich genau aufgehört habe. Aber da bist jetzt halt alle durch. Und ich muss jetzt hier noch was essen bevor ich sterbe. Ja gut, okay. Ja, da würde ich sagen, bedanke mich schon mal zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und dann sehen wir uns wieder morgen Und dann zur nächsten Folge. Ne, morgen nicht. Wie ich mit morgen komme. Dann zur nächsten Folge von Minecraft Sky Factory 3. 3. Das hier. Ach komm. Die eine Zerebung ist noch. Ach, ob wir es können. So, noch einmal. So. 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 Zwei Zellen. Zwei Zellen. So. Okay. Jetzt kann ich die auch noch hier bauen. Das sind alle zu kleinen Zellen. So. Besser als gar nichts. Das kriegen wir jetzt ein bisschen RF hier rein. So. Sehr gut. Das läuft. So die Maschinen müssen ja eh nochmal laufen wieder. Gut. In dem Fall noch. Bis dann. Und Bye Bye. Vielen Dank fürs Zusehen, die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter mit einem Abo, verpasst hier keine weitere Folge, bis zum nächsten Mal.